Im Herzen Berlin entfaltet sich ein unvergleichliches Frisbee-Spektakel. Die Double Discord European Open, organisiert vom Frisbee-Sport-Landesverband Berlin, ziehen alle Blicke auf sich. Hier messen sich 20 Teams aus 10 Nationen, darunter herausragende Spieler aus Finnland und Deutschland, das Spitzenteam aus Schweden und die legendäre, die DC-Ikone Conrad Damon aus den USA. Ich bin total happy. Ich habe bei der Planung gesagt, wenn wir sechs Länder zusammenkriegen, also Leute aus sechs Ländern, dann ist das schon ein Erfolg für so ein European Open Format. Und das ist natürlich toll. Also auch 40 Personen, 20 Teams, 10 Nationen, das passt ganz gut. Double Discord ist eine aufregende Frisbee-Spielart, die Geschick und Strategie vereint. Zwei Teams aus jeweils zwei Spielern halten zwei Scheiben gleichzeitig im Spiel und erzählen Punkte, indem sie diese im gegnerischen Feld landen. Der Nervenkitzel steigt, wenn beide Scheiben in der Luft sind, denn hier zählt jede Sekunde. Um die Frisbees im Wind zu meistern, braucht es einige Zeit. Es ist ein anderes Level, wenn man versteht, wie man die DC spielt und dann beginnt man zu verstehen. Wow, das macht einfach viel Spaß. Das Spielfeld besteht aus zwei 13x13 Meter großen Quadraten, die 17 Meter voneinander entfernt sind. Punkte werden erzielt, wenn eine Scheibe im gegnerischen Feld den Boden berührt oder der Gegner einen Fehler macht. Gerade deswegen sind spezielle Komponenten gefragt. Man braucht von allem ein bisschen. Schnelligkeit, auch im Kopf, ein bisschen Ausdauer, Koordination, Differenzierungsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, alles Mögliche. Schon in den Vorrunden zeigt sich das hohe Niveau der Teams. Spektakuläre Würfeunfänge sorgen für Begeisterung. Besonders der Amerikaner Conrad Damon, mehrfacher Weltmeister und eine Größe in der Szene, sticht mit seinem außergewöhnlichen Talent und seiner beeindruckenden Bilanz hervor. Ich habe schon viele andere Sportarten ausgeübt und diese Gruppe ist die, in der ich mich wirklich zu Hause fühle. Dieses unvergessliche Event zeigt, dass die DC alters- und geschlechtsübergreifend gespielt werden kann und Menschen aus verschiedenen Kulturen in einem aufregenden und fairen Wettkampf vereint.